Kapitel 6 Ein Tag in Nenni Erlebnisbericht aus dem Land der Könige Guten Morgen! Es ist Zeit für einen weiteren aufregenden Tag im Land der Könige von sich selbst und niemand anderem. Willkommen in Nenni! Der Online-Surfer sitzt vor seinem Spiegel. Was darf es heute sein? Was wollen wir erleben? In der Spiele-Liste klicke ich Erde an, Abenteuer miteinander und triffe die tollen Leute. Drei Spiele gleichzeitig. Das hat die Kopfkonsole jeder Xbox voraus, wie so einiges anderes. Ich wähle einen Avatar und schon geht die Reise los. Sämtliche Sinne schießen sich auf die neue Situation ein und lassen mich, unendliches Bewusstsein, zu einem Jemand werden, den wir schon aus dem Buch 2020 die neue Erde kennen. Ich lasse mich fallen und umgebe mich mit ihrer Wahrnehmung. Langsam komme ich zu mir. Ich versuche noch, meinen letzten Traum festzuhalten. Irgendwo war ich gerade. Kam mir fast vor wie auf einem Raumschiff. Ich saß in einem Sessel vor einer Konsole oder sowas. Genauer erklären kann ich es nicht und dann ist es ganz weg. Noch bevor ich die Augen öffne, wird mir gewahr, wo ich jetzt bin. Zu Hause. In meinem Bett. Gut geruht würde ich sagen, ich fühle mich entspannt und ausgeschlafen und der Duft von Frühstück drängt sich erfolgreich in meine Nase. Ich höre ein Rasseln aus der Küche, ein beruhigendes Geräusch. Obwohl ein gespanntes Gefühl mich aus dem Bett treibt, bleibe ich nach ein paar Atemzüge mit geschlossenen Augen liegen. Ich möchte den Tag ruhig beginnen. Das trainiere ich seit geraumer Zeit und es funktioniert immer besser. Als das treibende Gefühl verschwindet, öffne ich meine Augen und schaue mich um. Dann gähne ich von Herzen und strecke mich erst mal. Oh, die Katze liegt neben mir und bekommt es mit, findet es ganz toll und begrüßt mich freudig. Ich genieße ihr Schnurren und ihr weiches Fell und wie sie ihr Köpfchen an mich drückt. Dankbarkeit durchflutet mich, so wie das Licht der Sonne, das durch das Fenster scheint. Miau, sagt sie. Miau auch, erwidere ich und küsse sie sanft auf die Stirn. Ich strecke mich noch einmal und setze mich auf. Das Buch, in dem ich vor dem Schlafen noch gelesen habe, fällt vom Bett auf den Boden. Ich hebe es auf und schaue es an. König steht drauf. Ich lächle und streichle es. Ich liebe es, immer wieder mal in ihm zu lesen. Es hilft mir immer dabei, mich gut zu fühlen und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich lege es beiseite und stehe auf. Jetzt zieht es mich doch in die Küche. Mein Herz klopft Sturm. Auf dem Weg dahin mache ich einen Abstecher ins Bad. Ich sitze auf dem Klo und denke bei mir, dass ich irgendwie schon sehr lange eine bestimmte Meditation gar nicht mehr nötig hatte. Die Eischeiß-Meditation. Ich habe sie oft und gern angewendet und sie hat mir sehr geholfen, mit dem Müll in mir aufzuhäumen. Ich habe damals ganze Tage damit verbracht, den Mist, den ich in mir lokalisieren konnte, in meinem Darm zu visualisieren und beim Gang auf die Toilette ganz bewusst und alles zusammen ins Klo zu entlassen. Anlecht dich abspülen und Danke sagen. Danke, ich brauche dich nicht mehr. Ich sinniere noch ein paar Momente darüber und freue mich, dass so lange schon kein Müll im Engel war. In der Küche steht Nathan und bereitet Frühstück zu. Er steht mit dem Rücken zu mir. Ich lehne mich in den Türrahmen und beobachte ihn. Er ist so schön und ich liebe es, ihn zu sehen. Kein anderer Mensch kann gerade solche Gefühle in mir auslösen. Dankbarkeit, Geborgenheit, totale Akzeptanz all dessen, was ich bin und diese bedingungslose Liebe. Ich bin so glücklich, dass wir uns endlich begegnet sind. Eine Kennenlerngeschichte wie unsere hört man auch nicht oft. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also, zuerst hat Nathan mich im Jahr 2020 getroffen. Da kannte ich ihn aber schon lang. Dann haben wir uns 2017 das erste Mal getroffen. Da kannte er mich aber schon lang. Wir sagen gern, wir haben uns jenseits von Raum und Zeit kennengelernt. Guten Morgen, Eure Majestät, grüßt er mich, als er mich bemerkt. Ausgeschlafen? Er kommt auf mich zu und nimmt mich in den Arm. Eine Welle von Wärme durchläuft mich und ich könnte übersprudeln vor Glück. Wir küssen uns und drücken uns fest aneinander. Diese Momente sind es, in denen mein komplettes System auflädt, wie eine Blume in der Sonne. Bei ihm bin ich mir selbst so nah wie bei kaum jemand anderem. Es ist so leicht, sich in seinen Armen selbst wahrzunehmen. Für mich jedenfalls. Aber andere sagen das auch. Es ist sein Maß an Liebe, das ihn durchdringt und das sich durch ihn äußert, egal wo er ist. Er hat diese Wirkung auf Menschen einfach. Er sagt, das ist seit 2020 so. Wir lösen uns aus der Umarmung und schauen uns tief in die Augen. Als wir uns küssen, merke ich, wie leicht ich werde und wie mein wenig schwindelig wird. Wir lachen und er sagt, komm mit raus auf die Terrasse. Ich habe schon alles soweit fertig gemacht. Die Gardinen wehen im Wind und die Sonne steht bereits hoch am Himmel. Doch der Tisch steht neben im Schatten. Frische, selbstgemachte Limonade, Obst, Brot, Aufstrich, Müsli, Schokocreme. Alles, was das Herz begehrt. Und alles selbst gepflückt oder gemacht. Nackt sitzen wir beim Frühstück und genießen die Ruhe. Es ist zwar nicht gerade leise. Die Vögel und Insekten um uns herum füllen die Kulisse um uns herum mit einem regelrechten Getöse. Aber es ist ruhig. Alles im Einklang. Alles easy. Ich möchte heute am Turm weiter basteln. Wie schaut es bei dir aus, möchte Nathan von mir wissen. Ich weiß nicht genau, antworte ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, als sollte ich heute einfach einen ganz normalen Tag in Nanny verbringen. Ich werde das Gefühl nicht los, als würde ich beobachtet. Und da ich weiß, dass solche Gefühle nicht von ungefähr kommen, tue ich heute einfach mal so, als hätten wir hier Tag der offenen Tür und erlebe meinen Tag. Als würde ich anderen Nanny vorstellen. Vielleicht kommentiere ich sogar alles. Also Vorsicht. Wir lachen. Aber ich meine es so, wie ich es sage. Herzlich willkommen in Nanny, dem Land der Könige, in dem die Zeit abgeschafft wurde. Deswegen übernehme ich auch heute die Mittagsschicht, witzelt Nathan. Dann wird er ernst und schaut mich an. Weißt du, sagt er leise, als ich dich vor zwei Jahren auf dieser Terrasse das erste Mal getroffen habe, habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als hier mit dir zu leben. Und jetzt bin ich mittendrin in diesem Traum und das mal wieder völlig real. Wenn ich dich sehe, wird mir immer wieder das Wunder des Lebens bewusst. Und was für ein Wunder es ist, wenn man es bewusst selbst lebt und steuert. Ich weiß nicht, ob ich jemals dahin gefunden hätte, wenn du mich nicht und dadurch so viele andere dazu inspiriert hättest. Die Liebe, die du versprühst, konnte offensichtlich sogar durch ein Buch übertragen werden. Du bist so viel mehr als einfach nur eine Frau. Und wenn ich dich sehe, sehe ich das Potenzial der ganzen Menschheit. Wir sind alle so viel mehr. Für all das wollte ich dir einfach mal Danke sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein wenig verlegen schaue ich ihn an. Nimm es einfach an und genieße, dass es sich schön anfühlt, lacht er jetzt wieder. Samira, Nathan, ruft eine Stimme um die Ecke. Ihr folgt ein engelsgleiches Wesen mit langen, blonden Haaren. Hoheit, Meli, wie schön dich zu sehen, rufen wir wie aus einem Mund und ich füge hinzu. Du kommst genau richtig zum Frühstück. Setz dich zu uns. Die Ubuntu-Meli kommt auf die Terrasse hoch. Gott, sehe ich sie gern. Sie strahlt wie eine Sonne und egal, wo man sie trifft, zieht sie alle Blicke auf sich. Ich liebe sie von Herzen. Wir stehen auf und begrüßen sie mit einer langen Umarmung. Sagen wir, ich komme genau richtig zum Brunch, sagt sie grinsend und als wir uns wieder setzen. Ich bin heute schon ein paar Stunden auf den Beinen. Wir lachen. Nathan verschwindet in der Küche, um ein weiteres Gedeck zu holen. Er bringt gleich zwei mit und sagt, ich habe das Gefühl, es kommt gleich noch her. Er setzt sich wieder zu uns und wir machen uns über das Frühstück her. Es schmeckt köstlich und in solcher Gesellschaft nochmal doppelt gut. Ich bin glücklich und nehme dem Moment bewusst wahr. Hier und jetzt sitzen wir in unserem Moment, vereint mit allem, wie es sich gehört, im Flow. Plötzlich weiß ich wieder, wo ich vor dem Aufwachen war. Aber ich war in keinem Raumschiff. Ich war in meinem Innersten. Natürlich, wie konnte ich das schon wieder vergessen? Manchmal nehme ich die Dimensionssprünge immer noch nicht bewusst wahr. Gerade in diesem Moment bemerke ich, wie ich wieder einen gemacht habe. Für einen kurzen Moment war ich wieder nicht an diesem Tisch auf der Erde, sondern in mir. Und jetzt bin ich wieder am Tisch. Aber nicht mehr auf der Erde, sondern in Nanny. Mir gefällt das. Ich bekomme immer mehr Zugang zu diesen Reisemöglichkeiten. Das Tolle an Nanny ist, dass es überall ist, wo es wahrgenommen wird. Das ist grundsätzlich bei nichts anderem anders. Aber Nanny ist an keinen Ort gebunden. Hat keine Grenzen. Und egal, wo man ist, man ist in Nanny. Auf der Erde bin ich in Nanny. Auf dem Mond bin ich es. Und an jedem anderen Fläckchen des Universums auch. Seit ich in Nanny angekommen bin, bin ich in mir angekommen. Und aus mir heraus nehme ich wahr. Egal, was ich also wahrnehme, es ist mit mir in Nanny, einem Land jenseits von Raum und Zeit, in dem das ganze Universum residiert. Einmal mehr vertieft sich dieses Gefühl in mir durch diese Gedanken und Beobachtungen. Ich halte es tief in mir fest und lege meinen Fokus wieder auf das, was um mich herum passiert. Nathan und Meli unterhalten sich über das Ubuntu-Prinzip, das auf der Erde immer mehr Verbreitung findet. Ich beiße herzhaft in mein Marmeladenbrot und genieße und lausche Melis Worten. Was brauchst du jetzt? Jetzt im Moment. Jetzt im Augenblick. Du hast alles, was du genau jetzt brauchst. Richtig? In erster Linie ist Ubuntu eine Weltvorstellung, wo es um Wertschätzung, Akzeptanz und Dankbarkeit geht. Stellen wir uns mal vor, wie es wäre, wenn wir gar kein Geld mehr benutzen würden. Ich meine alle Menschen, nicht nur wir Ubuntis, die eh schon so leben. Überleg doch mal, wie oft denken die Menschen täglich über Geld nach und welche schönen Momente können sie stattdessen erleben? Geld ist weder gut noch schlecht, ist ein Mittel zum Zweck, ein Zwischenmittel zu den Dingen und Momenten, die wir kaufen und erleben und spüren wollen. Wenn ich 90 Euro für einen Falschumsprung hergebe, dann geht es mir nicht um das Geld, das ich ausgebe, sondern um den Sprung, den ich mit meinen Sinnen fühlen darf. Wertschätzung der Dinge und Momente. Darum geht es bei Ubuntu. Nicht um Profit und Anerkennung oder Konkurrenz. Das sind Gefühle, die oft durch Geld erschaffen werden. Je mehr Geld, desto mehr Anerkennung. Ja, manche Menschen sind arm, sie haben nichts außer Geld. Sie vergessen ihre Lebensmomente wertzuschätzen, genau so wie ihre Mitmenschen. Sie vergessen jede Situation und jeden Menschen zu akzeptieren, wie er ist. Jeder Mensch handelt immer in seiner besten Option mit bestem Wissen und Gewissen. Und weil ihr Fokus immer nur auf dem Geld liegt, vergessen sie, dankbar für jeden Moment im Leben zu sein. Ubuntu will nicht das Geld vernichten. Geld ist ein super Zwischenmittel. Ubuntu möchte mit diesem Gedanken einer geldlosen Gesellschaft nur Grundlagen aufmerksam machen. Freiheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit sowie Wertschätzung, Akzeptanz und Dankbarkeit gegenüber jedem Lebewesen und in jeder Situation. Das wirklich Tolle an der Sache ist, dass sie da, wo sie praktiziert wird, auch sehr einfach funktioniert. Du hast Tellinger nicht nur gelesen, habe ich recht? Fragt Nathan. Natürlich nicht. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt. Er macht immer noch Vorträge und Seminare zum Thema. Sein Buch, das Ubuntu-Prinzip, ist eine ausführliche Erklärung. Aber in den Seminaren und Workshops sitzen inzwischen immer mehr Leute, die praktische Erfahrungen haben, die wir untereinander austauschen und die auch Michael Tellinger immer wieder bereichern, wie er sagt. Ich finde, du bist eine Bereicherung für Ubuntu, sage ich jetzt. Ich glaube, jede Idee braucht den, der sie aufschreibt und verbreitet, aber eben auch die, die aus Begeisterung mitmachen und damit die Sache bewerben und bekannter machen. Dein Ubuntu-Festival in Graz 2016 war eine wirklich gute Werbung. Seitdem sind noch mal viel mehr Menschen auf dem Ubuntu-Trip. Sie grinst. Ja, das waren noch Zeiten. Da habe ich viele tolle Leute kennengelernt, die du eingeladen und zusammengebracht hast. Mach dich nicht immer so klein. Das war riesig. Sie schaut mich an und lächelt. So wie durch euch beide die Idee groß geworden ist, bereit, 2020 in einer völlig anderen Welt zu leben. Tja, da hat sie mich wohl erwischt. Irgendwie hat sie recht und ich weiß das auch, aber ich habe immer ein wenig Angst, es für mich anzunehmen. Ich habe nicht den Eindruck, irgendetwas Besonderes geleistet zu haben. Ich habe mich einfach unsterblich in Nathan verliebt und bin so in meinem Buch gelandet. Ich finde, es gibt Menschen, die für den Frieden und die Ruhe auf der Erde wesentlich mehr getan haben als ich. Und dennoch mache ich mich gerade klein. Ja, schon. Aber was haben wir dazu schon beigetragen? Nathan hat eine Zeitreise gemacht und sie aufschreiben lassen. Und ich weiß nicht mal, was ich wirklich beigetragen habe. Dagegen sehe ich andere Menschen, die ihr ganzes Leben der Weltfriedensinstallation gewidmet haben und fühle mich, was das angeht, absolut unwichtig. Ich weiß wirklich nicht so ganz, wie ich mich mit denen auf eine Stufe stellen soll, um mich da nicht klein zu machen. Weil du eben gerade nicht Ubuntu denkst, erwidert Meli, und somit nicht wirklich eine König. Schau mal, wenn alles, was entsteht, wie ein Uhrwerk ist, dann ist jeder, der mitmacht, wie ein Zahnrädchen darin. Jedes, die das Zahnrädchen, ist wichtig. Gleich wichtig, um genau zu sein, weil das Uhrwerk nicht laufen würde, wenn auch nur ein Zahnrädchen fehlte. Dabei ist es egal, ob das Zahnrädchen den großen oder den kleinen Zeiger bewegt oder hilft, die Feder aufzuziehen. Ohne läuft das Uhrwerk nicht. Alle Zahnrädchen sind darauf angewiesen, dass alle anderen Zahnrädchen da sind und ihren Teil des Zusammenwirkens tun. Ich glaube, dir fällt es nur deswegen so schwer, deinen Teil des Ganzen als eben so wichtig zu sehen wie alles andere, weil früher so viele Zahnrädchen ihr Licht in den Fokus gerückt haben, wodurch der falsche Eindruck entstand, es gäbe wichtigere und unwichtigere Zahnrädchen. Aber danke, dass ich mir das gerade auch noch einmal vergegenwärtigen kann. Ich denke, damit haben wir alle noch ein wenig Schwierigkeiten. Da hilft uns Ubuntu. Es hilft dabei, uns alle ebenseitig als wertvoll wahrzunehmen, egal was wir tun, vor allem im Vergleich mit allen anderen. Ubuntu ist Uhrwerkdenken, nicht Zahnrädchendenken. Auch wenn es die Zahnrädchen sind, die denken, lacht sie. Ach, wie recht sie doch hat, ich könnte sie knutschen. Und sage es auch. Dann stehe ich auf, beuge mich zu ihr runter und tue es auch. Ich kann gerade nicht beschreiben, wie glücklich und dankbar ich mich schätze, solche Leute zu kennen. Nathan schaut mich grinsend an und denkt dasselbe. Ich sehe es an seinem Blick. Als ich mich wieder setze, sagt er, oh, ist das Leben nicht schön und wir strahlen um die Wette. In diesem Moment klingelt mein Skype. Ich öffne mein Tablet und sehe, wer anruft. Der Wunsch, Andi, sage ich erfreut, nehme ab, stelle das Tablet aufrecht vor mich. Wir begrüßen uns herzlich und ich genieße es, sein liebevolles Gesicht in die Kamera lachen zu sehen. Dieser Mann ist voller Liebe und ich habe viel von ihm gelernt. Über das Wort Befindlichkeiten habe ich überhaupt das erste Mal nachgedacht, nachdem er mich darauf angesprochen hat. Danach folgte ein zweiminütiger Vortrag, nachdem ich nie wieder vergessen habe, wie sehr wir Menschen unseren Befindlichkeiten unterliegen und wie oft wir von ihnen beeinflusst sind, wenn wir mit anderen reden, wodurch sehr häufig Dinge ausgesprochen werden, die so, wie sie gesagt sind, gar nicht gemeint waren. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, war eigentlich schon der halbe Weg zu dieser Erkenntnis. Aber nach Andis Erkenntnis und die Befindlichkeiten gab es keine einzige Situation mehr, in der ich irgendwelche Angriffe noch als ernst genug hätte nehmen können, um den Angreifer böse zu sein. Jedes Mal, wenn mir jemand frustriert etwas an den Kopf geworfen hat, wusste ich in dem Moment, dass ich es nicht persönlich nehmen brauchte. In solchen Situationen hilft es übrigens sehr, einfach Ventil zu spielen, habe ich herausgefunden. Einfach für den Dasein ihm die Möglichkeit geben, sich zu spiegeln und auf- und wieder abzuregen. Ich war eh schon nie wirklich nachtragend, aber so gab es noch nicht mal mehr einen Grund, überhaupt etwas nachzutragen. Seitdem erlebe ich solche Situationen völlig anders. Sehr viel Stressfeier vor allem. Und als König ist es unter meiner Würde, mich noch auf Streit oder gegeneinander einzulassen. Als König kann ich innerlich ein wenig zur Seite und somit aus der Schusslinie gehen und selbst entscheiden, wie ich reagiere. Und ich ziehe es vor, jedem die Schwester zu sein, die ich selbst in allen anderen sehe. Ich wollte nur Bescheid geben. Es gibt ein neues Projekt auf der www.12x12.info, sagt er jetzt. Und das mit der Ihr-Karte läuft auch bestens. Ich wollte fragen, ob wir das mit der Wir-Karte verlinken können. Oh, da musst du Gunnar fragen, schaltet sich jetzt Nathan ein, der darüber Bescheid weiß. Gunnar Gast, der Infofrieder, die Love Police Köln. Du kannst ihn googeln oder gleich bei Facebook anschreiben. Er macht die Wir-Karte und er hat bestimmt nichts dagegen, nichts gegen eine Fusion. Bestell ihm einfach einen Gruß von Bauchi. Die beiden kennen sich und das geht bestimmt klar. Aber Wunsch-Andi, ihoppa, noch an Wunsch-Andi, beide lachen. Ich weiß, dass sie gerade beide an Joe Kreisel denken, den Freeman Austria. Dem war irgendwann aufgefallen, dass der Wunsch-Andi nicht von ungefähr so hieß, sondern weil er immer einen Wunsch an uns repräsentiert. Einen Wunsch an dich. Wie eine Elfe, nur eher wie ein Teddybär, dafür mit unbegrenzten Wünschen. Und man kann mir das jetzt glauben oder nicht. Aber wenn der Wunsch-Andi in der Nähe ist, dann gehen Wünsche in Erfüllung. Ich würde so wahnsinnig gern mal wieder mit dir am Lagerfeuer sitzen, äußert Nathan nun seinen Wunsch. Meinst du, da ist was machbar, Bruder? Naja, lass uns das nochmal online machen, wie er das immer sagt. Was haltet ihr davon? Heute Abend macht ihr ein Lagerfeuer und stellt euch alle vor, dass ich gleich neben euch sitze. Und ich setze mich hier bei mir ans Feuer und stelle es mir auch vor. Lasst uns schauen, was passiert. Der Andi. So ist er. Einfach aus allem das Beste machen. Selbst aus großen Entfernungen. Aber vor allem machen. Ich habe noch nie erlebt, dass er keine Idee gehabt hätte. Einmal bis hin zum Herzinfarkt. Meli gibt zugleich bekannt, dass sie heute Abend dann auch wiederkommt und sehr gern dabei ist. Und Nathan und ich müssen lachen, weil es so typisch ist, was als nächstes von ihr kommt. Wir können ja noch ein paar mehr Leute einladen. Eine Königsparty in Nanny. In allen Dimensionen. Ubuntu-Style. Die Idee gefällt uns und wir sagen schon mal zu. Na, euch scheint es ja gut zu gehen, sagt eine mir wohlbekannte Stimme hinter mir. Meine Schwester Tamara kommt die Stufen zur Terrasse hoch. Wir haben sie gar nicht kommen hören. Natürlich, sage ich erfreut. Was anderes ist doch keine Option mehr. Ich stehe auf und drücke sie herzlich an mich. Ach, schön, dass du da bist, wüsste ich ins Ohr und bei sie sanft ins Ohrläppchen. Und sie zieht mich fest an sich und es fühlt sich einfach schön an. Wir hatten nicht immer ein solches Verhältnis zueinander. Aber seit sie mir vor zwei Jahren ein Buch in die Hand drückte und mir weinend sagte, wie lieb sie mich hat, sind wir nicht nur beste Schwestern, sondern auch beste Freundinnen. Sie ist so wunderschön. Das fand ich immer schon, aber früher konnte ich sie nicht genießen. Zu heftig waren unsere Meinungsverschiedenheiten und unser Umgang miteinander. Heute kann ich es nicht nur genießen, sondern es ihr auch noch sagen. Gut schaust du aus, wie wunderschön du bist. Kennst du Meli schon? Meli steht auf und knickst grinsend. Hallo Tamara, hab schon viel von dir gelesen. Freut mich sehr, dich endlich mal zu treffen. Hallo Meli, lass dich drücken. Währenddessen steht Nathan auf und als Meli und Tamara sich aus ihrer Umarmung lösen, wendet sich Tamara ihm zu. Na du Zeitreisender, was hast du mit meiner kleinen Schwester gemacht? Die strahlt ja wie ein Atomkraftwerk. Sie merkt nicht, wie sehr sie das selbst gerade tut. Sie schaut Nathan tief in die Augen und erwehrt wieder liebevoll ihren Blick. Langsam nähern sich ihre Nasenspitzen und berühren sich. Tamara umschlingt langsam seine Hüften und drückt sanft ihre Lippen auf seine. Er zieht sie an sich und sie küssen sich, ohne den Blickkontakt zu verlieren. Meli und ich genießen die Show. Ich weiß, wie verknallt Tamara ihnen ist und ich weiß, wie wichtig sie für ihn ist. Ohne, dass sie ihm genau das, was wir gerade bewundern dürfen, gezeigt hätte, hätte er es mir nie zeigen können. Und ich kann versichern, es ist etwas, was ich nie wieder missen möchte. Ich sehe, wie glücklich beide diesen Moment wahrnehmen und fühle dieses Glück in mir selbst aufsteigen. Wie schön zu sehen, dass die beiden Menschen, die mir auf der Welt am meisten bedeuten, sich lieben. Wie schön, dass man sowas heute nicht mehr verstecken muss. Okay, jetzt verstehe ich, was ich da in 2020 gelesen habe, sagt Meli. Sie schaut mich an, lacht ein wenig schüchtern und setze ich wieder hin. Ich setze mich auch wieder und kann den Blick nicht von den beiden lassen. Nach einer Minute oder zwei lösen sie sich voneinander, kommen benommen wieder ins Hier und Jetzt und wir müssen alle lachen. Wie macht ihr das? fragt Meli. Wie könnt ihr so wirken? Das hatte was von eins sein und ich habe in meiner Brust ein Gefühl gehabt, als würde sie gleich explodieren. Es hat sich voll wunderschön angefühlt. Tamara antwortet, wie aus der Pistole geschossen. Der Trick ist eigentlich exakt, nichts zu tun, sondern laufen zu lassen, fließen zu lassen. Da ist etwas in dir, das dich leitet. Als König weißt du, wer das ist. Aber wenn du dich fallen lässt, merkst du wieder, wie das mehr ist, als dein Verstand je greifen könnte. Da ist alles am Werk, was existiert. Es, Papa. Es ist wie beim Tanzen. Du kannst führen und das tust du auch. Aber jede einzelne Bewegung ergibt sich dabei aus sich selbst heraus. Du gibst dich voll und gönnst hin. Du genießt. Das ist das Einzige, was du tust. Den Rest kannst du nicht erzwingen oder erlernen oder kaufen. Das ist Sex. Synergetischer Energieaustausch. Exchange. Fühl dich einfach hinein. Es ist da. Vertraue dir selbst und lass dich fallen. Aber wie? Löse dich von der Idee, dass du etwas falsch machen könntest. Dann schau, dass du zum Üben Partner findest, die es auch schon begriffen haben. Aber wir sind ja hier in Nanny. Wir können ja gar nichts mehr falsch machen. Also hab einfach keine Angst. Wenn du magst, können wir gleich hier und jetzt eine Runde drehen. Eine Runde drehen? Sagt man so. Üben klingt so spaßfrei. Es ist halt wirklich wie ein kurzer Trip. oder ein langer. Je nachdem. Jetzt sofort? Klar. Es sei denn, du hast was vor, was mehr Spaß macht. Tamara zwinkert Meli zu, steht auf, nimmt ihre Hand und sagt, komm mit. Wir gehen mal ein paar Minuten ins Haus. Da sind wir ungestört. Dann fällt es dir auf jeden Fall leichter. Meli folgt ihr zögert. Zögernd schaut mir noch mal hinterher und sieht mein lachendes Gesicht. Viel Spaß, Ubuntu Meli. Gute Reise. Nathan und ich schauen uns an. Verliebt und glücklich er nimmt meine Hand und küsst sie. Ich kann das alles kaum glauben. So schön ist das alles. Wie in einem Traum, sagt er. Ist es auch. Seit wir uns getroffen haben, ist das Leben anders. Es fällt uns beiden so einfach, uns darin zu unterstützen, das Leben zu genießen. Es gibt keine Sekunde, in der wir uns nicht geliebt fühlen und unsere Liebe nicht freien Lauf lassen könnten. Dabei sehen wir uns nicht einmal ständig. Zwischendurch erleben wir Dinge über Wochen voneinander getrennt. Zumindest physisch. Doch eben gemeinsam, weil wir alles miteinander teilen. Wir haben keinerlei Geheimnisse voreinander und freuen uns, wenn der andere von seinen Abenteuern in der Nähe erzählt. Vom ersten Tag an waren wir im Drift, synchronisiert, konnten uns anders wahrnehmen, als wir es früher von anderen kannten. Es gibt keine Trennung zwischen uns, einfach weil wir keine fühlen. Ein Gefühl von absoluter Sicherheit, von tiefstem Vertrauen, dass nichts Schlimmes passieren kann. Stattdessen können wir unsere Gedanken lesen, kennen den anderen wie unser Lieblingsbuch. Anfangs war es regelrecht gruselig, aber wir haben uns sehr schnell daran gewöhnt, und uns wertzuschätzen gelernt. Wie in kaum jemand anderem sehen wir uns selbst im Anderen, spiegeln uns auf eine Weise, die uns früher noch große Probleme bereitet hätte. Aber seit wir gemeinsam das Buch König gelesen haben und uns seither auch gemeinsam so wahrnehmen, wissen wir es besser. Unsere Befindlichkeiten stehen uns nicht mehr im Weg. Ist der eine mal energetisch etwas down, wird er vom anderen aufgefangen. Einer von uns beiden hat immer einen Draht zu dem Humor, den der andere vielleicht gerade aus den Augen verloren hat. Egal welches Problem uns im letzten Jahr über den Weg gelaufen ist, gemeinsam haben wir jede Hürde gemeistert und in Rekordschnelle eine passende, umsetzbare Lösung gefunden. Wir sehen haufenweise Dinge anders, aber haben nie gestritten. Wir freuen uns über diese verschiedenen Sichtweisen, denn sie bereichern uns regelmäßig. Oft denkt einer das, was der andere noch gar nicht in Betracht gezogen hat und das, ohne dass irgendwer sich dabei angegriffen fühlen würde. Es dauert nicht lange, da kommen Meli und Tamara wieder auf die Terrasse zurück. Meli mit hochrotem Kopf und Tamara mit einem breiten Grinsen. Ich fasse es nicht, ich glaube, ich hatte einen Orgasmus und Tamara hat mich nicht einmal angelangt, platz es aus Meli heraus. Wie kann das sein, dass die Menschen das nicht kennen oder kannten oder erst lernen müssen? Weil sie gelernt haben, so etwas mit entsprechenden Hintergedanken zu versuchen und so klappt, fließen lassen nun mal nicht. Und du hast gerade mal nur die Leitversion mitbekommen. Ich habe gerade nichts weiter getan, als sich einfach nur zu lieben. Fällt bei dir allerdings auch nicht schwer. Das ist die Grundlage des Tantra, das im Ursprung die höchste Meditationsform des 10 war und im Westen dann zu etwas komischem Sexuellen verkommen ist. Tantra ist S-A-X. Das hat nichts mit Sex zu tun. Aber, wie ich offensichtlich in drei Jahren schon einmal sagte, Sex auf der Basis von S-E-X oder Tantra ist der Oberhammer. Tamara ist voll in ihrem Moment, ihre Augen leuchten und man sieht, wie wohl sie sich fühlt. Das Tolle ist, dass immer alle Beteiligten etwas davon haben. Wenn man es richtig anstellt, geht es auf niemandes Kosten und ist für alle eine Bereicherung. Meli ist hin und weg. Das muss ich unbedingt weiter üben, ruft sie. Dann steht sie wieder auf und verabschiedet sich. Wir sehen uns heute Abend am Feuer. Ich habe noch eine Verabredung mit Corinne. Ich hoffe doch, dass sie heute Abend nichts anderes vorhat. Ich sehe, wie Natans Augen aufleuchten. Corinne Kasey alias Corinna Tomaschitz hat es sie mal getan. Er nennt sie immer die Hochzeitsnachtigal, weil sie auf Hochzeiten singt und das mit einer atemberaubend schönen Stimme. Ich fühle seine Vorfreude auf die Aussicht, sie heute Abend wiederzusehen und genieße diese Freude. Das Leben ist so leicht geworden, seit ich angefangen habe, die Freude anderer mitzufühlen, statt sie zu beneiden oder eifersüchtig zu sein. Wie sehr ich mir damit früher selbst im Weg gestanden habe und Leid verursacht habe, wird mir in diesem Moment noch einmal überdeutlich. Wir drücken Meli noch einmal zum Abschied und alle zusammen und dann ist sie auch schon um die Ecke verschwunden. Wir setzen uns zurück an den Tisch in den Schatten und widmen uns noch einmal dem Frühstück. Ohne dass Nathan erneut ein neues Gedeck holen müsste, Es ist schon etwas Tolles, der eigenen Wahrnehmung trauen zu können und ich sehe an seinem Grinsen, dass das seine Gedanken sind, die ich gerade mitbekomme. Und auf einmal ist etwas wieder allgegenwärtig, der Spielmodus, wahrgenommen aus der Beobachterperspektive. Alles ist wie in einem Spiegel, wie in Sims oder Age of Empires, Age of Empires Live. Ich sehe uns wuseln, ich sehe die grünen Balken über Nathans und Samiras Köpfen und fühle meinen eigenen auch. Ich sehe uns, wie die Sims am Tisch sitzen oder frühstücken, jeden jeweils gerade das tun, was gerade getan werden muss, damit das Gewünschte erlebt werden kann, gesteuert von uns selbst. König er eben. Eben fühlte ich mich noch wie die Spielfigur, die ich jetzt einfach von außen beobachten kann. Ich wechsle bewusst wieder in die Ego-Shooter-Sicht und wieder in der Third-Person-Sicht und zurück und nochmal. Ganz bewusst bekomme ich den jeweiligen Unterschied im Gefühl mit und dann habe ich eine Idee. Es muss doch noch etwas geben, das es mir erleichtert, die Third-Person-Sicht länger bewusst wahrzunehmen. Ich hebe mich vom Tisch, bin gleich wieder da und gehe ins Haus. Ich finde, was ich suche. Einen kleinen Topf mit grüner Fingerfarbe. Ich stelle mich ins Bad, vor den Spiegel und male mir mit der Farbe einen grünen Balken quer über die Stirn. Ich grinse mein Spiegelbild an und sehe mich deutlich wie einen Sim, eine Spielfigur, die ich spiele, aber nicht bin. Ich bin der Beobachter, der Spieler, König meines Lebens. Mit dem Topf in der Hand gehe ich wieder raus an den Tisch, wo mich vier Augen verwundert ansehen. Schick, sagt Tamara. Neue Schminkmode. Habt ihr Lust auf ein Experiment mit mir? Einfach mal gucken, was passiert, wenn wir uns alle einen grünen Balken auf die Stirn malen. Es soll uns dabei helfen, uns zu vergegenwärtigen, dass unsere Körper, die wir nicht sind, unsere Spielfiguren sind, die wir als das, was wir sind, steuern und spielen. Eigentlich gehört der Strich über unsere Köpfe, aber ich denke, so geht es auch. Die beiden haben keine Einwärmwende und kurze Zeit darauf ihre Balken auf der Stirn. Wir frühstücken in Ruhe zu Ende und quatschen noch ein wenig über dies und das. Ich folge dem Gespräch eher beiläufig und konzentriere mich voll auf das Fließen lassen. Eine ungeheure Lust auf diesen Tag in dieser Stimmung macht sich in mir breit. Am liebsten würde ich jetzt aufspringen und durch Nanny laufen und weil ich König bin, sage ich das auch laut. Na dann los, sagt Nathan. Auf ins Abenteuer. Heute Abend ist Party am Feuer, am Strand und bis dahin findest du mich am Turm, denke ich. Wir räumen hier auf, mach dir keine Gedanken um den Abwasch. Ich küsse ihn dankbar und lang knuddle Tamara und mache mich auf den Weg und bin zeitgleich am Ziel. Frieden macht sich wieder in mir breit, als ich beginne ziellos spazieren zu gehen. Mit allen Sinnen nehme ich meine Umgebung wahr, das kleine Häuschen, das langsam immer schöner wird, die Wege darum herum. Ich sehe den Turm, der immer höher wird von dem Nathan und die anderen glauben, dass er funktionieren muss. Sie haben begonnen, die Tesla-Patente zu durchforsten, die letztes Jahr alle im Internet freigegeben wurden. Wir gewinnen unseren Strom derzeit noch von den Solarpanelen auf dem Dach. Aber Nathan meint, das sei nichts gegen das, was wir haben könnten, wenn wir auf Tesla-Technologie zurückgreifen könnten. Und ich weiß, dass es gar nicht anders kommen kann, so überzeugt, wie die Jungs davon sind. Egal, wie lang und oft beschrieben wurde, dass Teslas Ideen Humbug gewesen seien, dass Radio und Leuchtstoffröhren funktionieren doch auch und das waren auch Teslas Ideen. Schwupps, schon wieder abgedriftet, diesmal bekomme ich es mit, bevor ich mich noch weiter in diesen Gedanken hingebe, die mich gerade von dem ablenken, was um mich herum passiert. Und von einem Moment auf den nächsten durchfährt mich eine Welle von Wohlsein. Ich atme mit allen Sinnen die Umgebung ein, den Geruch der Blüten und pflanze nur mich herum, den Singsang der Vögel und Insekten, den Geschmack auf meiner Zunge, die tolle Aussicht, die die Insel um diese Jahreszeit bietet, den Boden unter meinen Füßen, den seichten Windhau und wie er unter meine Bluse kriecht und mich streichelt. Die Gänsehaut, die das Ganze in mir auslöst und mein Grinsen im Gesicht. Ich schlage den Weg zum Strand ein, keine Ahnung warum, mein Gefühl sagt das einfach. Da geht's lang. Ich denke an den Balken auf meiner Stirn und sehe, wie etwas in mir führt und etwas anderes in mir folgt. Ich fühle die Trinität, mein Ego, Spielfigur, meinen Geist und es, Plopper. Und wie sie in diesem Moment absolut problemlos zusammenarbeiten, weil nichts davon irgendwas in Frage stellt, sondern alles, alles akzeptiert und fließen lässt. Ich fühle kein Verlangen nach irgendetwas und so ist der Raum zum Genießen da. Ich bemerke den Frieden in mir, den ich früher nicht hatte und auf einmal wird mir der Unterschied bewusst. Früher war kein Frieden in mir. Dafür aber etwas anderes, das in diesem Moment fehlt. Das Laufen. Früher bin ich immer gelaufen. Entweder etwas hinterher oder vor etwas weg. Krass. Das habe ich nie so gesehen. Aber seitdem ich aufgehört habe, vor Dingen weg oder anderen hinterher zu laufen, ist das Leben der reinste Spaziergang geworden. Deswegen ist mein Leben heute so stressfrei. Das ist der Unterschied, der mein Leben heute so extrem anders macht als früher. Echt? Das ist alles? Einfach das Verlangen abschalten und der Frieden ist da? Mir fällt auf, dass er immer automatisch da war, wenn ich gerade kein Verlangen nach irgendetwas hatte. Kann es sein, dass der Frieden die Ruhe in uns der Normzustand sind? Das würde bedeuten, dass wir das immer fühlen könnten, wenn wir es nicht ständig durch ein Verlangen nach irgendetwas deaktivieren. Ich scanne meine Erlebnisse und kann auf keine einzige Erinnerung zurückgreifen, die dem, was ich gerade gedacht habe, widersprechen würde. Das haut mich um. Okay, wie schaltet man dann das Verlangen ab, wenn es da ist? Indem man sich auf etwas konzentriert, das gerade verfügbar und genießbar ist, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Verwundert bleibe ich stehen. Es ist nichts unnatürlich, solche Stimmen zu hören. Irgendetwas redet ja immer in unseren Köpfen. Aber das hier gerade ist anders. Ich höre die Stimme deutlich. Hallo? Ist da wer? frage ich. Natürlich. Da ist immer wer, antwortet die Stimme mit einem Lachen. Mach mal deine Augen zu und konzentrier dich, dann kannst du mich nicht nur hören, sondern auch sehen. Ich tue, wie mir geheißen und merke, dass ich dabei einen Dimensionssprung mache. Mein Bewusstsein wandert von der realen Welt der Erde in eine Dimension, die wir eher mit Fantasie oder Traum bezeichnen. Aber ich spüre deutlich, wie real sie ist. Plötzlich steht eine Frau vor mir, deren Umrisse anfangs noch verschwommen sind, aber schnell immer schärfer werden. Hallo, ich bin Ella, stellt sie sich mir vor. Kennen wir uns? frage ich. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie je gesehen zu haben, aber ich fühle, wie verbunden ich mit ihr bin. Ja, wir kennen uns, spätestens, seit du Mary gelesen hast. Bei den Gedanken, die du gerade hattest, konnte ich kaum anders, als mich ein wenig einzumischen. Ihr Menschen auf der Erde habt gerade so wunderschön interessante Gedanken und ich freue mich, wenn ich irgendwo zu besserem Verständnis verhelfen kann. Warum es bei dir gerade ging, ist die Frage, wie man etwas verhindern kann, das man nicht will. In deinem Fall war es das Verlangen nach etwas, das euch, wie du richtig gefolgert hast, immer wieder aus der Ruhe bringt. Vielleicht hilft dir, was mir dabei gerade durch den Kopf ging. Komm, wir setzen uns ein wenig hierher. Ich merke, dass ich gar nicht mehr auf dem Weg zum Strand bin, sondern mich jetzt mit ihr in einer wunderschönen Halle befinde mit hohen Säulen und von einem sanften Licht durchflutet. In der Mitte befindet sich eine runde Vertiefung im Boden, ein Naturpool, an dessen Rand wir uns setzen und die Füße ins Wasser hängen. Ella schweigt noch eine Minute und schaut mich einfach an. Ich fühle mich überhaupt nicht unwohl. Ihr Blick lässt auf keinerlei Erwartung mir gegenüber schließen und es fühlt sich an, als würden wir uns schon ewig kennen. Dann planscht sie mit den Füßen das Wasser auf und fängt an zu sprechen. Ich lausche aufmerksam. Wenn ihr Frieden wollt, sagt sie, dann hört auf, Krieg und Unfrieden vermeiden zu wollen. Sonst seht ihr nur den Krieg und könnt den Frieden nicht sehen, der auch immer ist. Wenn ihr, liebe Menschen, um euch haben wollt, dann hört auf, eure Aufmerksamkeit den Unfreundlichen, den Stressigen zu schenken, denn sonst habt ihr keine Zeit für die Lieben. Wenn ihr Schönes wahrnehmen wollt, dann hört auf, eure Aufmerksamkeit den Nachrichten und unschönen Geschichten zu schenken. Wie wollt ihr so Schönes sehen? Wenn ihr euch finden wollt, dann hört auf, eure Aufmerksamkeit ständig anderen zu schenken. Das bedeutet nicht, dass ihr alle anderen ignorieren sollt. sagt, ich finde mich in euch gerade selbst, weil ich den Impuls habe, euch das hier zu sagen. Diese Worte sagen mehr über mich als irgendjemand anderen aus. Und ich weiß das und finde mich darin. Wenn ihr denkt, ihr seid Opfer irgendwelcher äußeren Umstände, dann hört einfach auf, das zu denken. Weil es Blödsinn ist, ihr seid Opfer eurer eigenen Denkweisen, sonst gar nichts. Und das ist gut, denn die könnt ihr nach Belieben ändern. Ihr tut es jeden Tag. Wenn ihr nicht versteht, was ich sage, dann schaut es euch einfach noch ein Weilchen an. Man hat euch sehr lange so viele Dummheiten als Wahrheit verkauft und dass es völlig normal ist, solche Dinge nicht gleich zu verstehen, weil sie einfach sind und ihr gewohnt seid, kompliziert zu denken. Erstaunt schaue ich sie an und erkenne den Sinn ihrer Botschaft. Vor allem ihr letzter Satz Halt in mir nach. Ich verstehe, sage ich und das tue ich auch. Alles, was sie sagt, ergibt klaren Sinn für mich. Sie spricht von königlichem Verhalten. Genau, sagt sie, weil sie meine Gedanken lesen kann. Deswegen wusste ich, dass es Sinn ergibt, dir das gerade zu sagen. Ich wusste, du bist so weit, es zu verstehen. Der Balken auf deiner Stirn steht dir übrigens richtig gut. Hey, träumst du? Die Stimme reißt mein Bewusstsein in die materielle Dimension Erde zurück. Vor mir steht Ronny Ludewig, den ich bisher nur aus dem Internet kannte. Er hat mit seinem Projekt Frieden rockt viele Menschen erreichen zusammen getrommelt, die den Frieden deutlich erlebbarer machen. Auch ein Weltfriedens Installateur, auch wenn er sich nie so genannt hat. Wie kann es sein, das ausgerechnet er gerade vor mir steht? In Nanny ist alles möglich, weil nichts ist, wie es scheint, sagt Ella noch in meinem Kopf. Wenn du mich brauchst, denk einfach an mich, ich bin immer da. Etwas verdattert antwortete ich, nein, also schon, aber es ist anders. Hallo Ronny, ich bin Samira, schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Ich bin mir leider gerade nicht sicher, ob du wirklich vor mir stehst oder ob ich gerade wirklich in der materiellen Dimension bin oder träume. Ich merke nur, dass es völlig egal ist, weil es für mich nicht den geringsten Unterschied macht und ich dich völlig real wahrnehme. Das ist krass, hast du sowas öfters? Um ehrlich zu sein, ja, seitdem ich in Nanny lebe, nehme diese Dinge zu. Ich kann mich nicht mit immer mehr Menschen in unterschiedlichsten Dimensionen unterhalten und bin dabei, diese Dimensionen genauer kennen zu lernen. Sie sind offensichtlich da und ich bin genauso offensichtlich schon immer durch alle hindurch geflossen. Anders kann ich es gerade nicht beschreiben. Kommst du eigentlich gerade vom Strand oder bist du auf dem Weg dahin? Ich komme gerade von da, doch wenn du hin möchtest, komme ich gerne auch nochmal mit. Kommst du von hier? Ich merke, wie ich diese Frage nicht klar beantworten kann. also im Moment lebe ich hier, ja, gemeinsam schlendern wir weiter in Richtung Strand zurück und ich erzähle ihm, was mir gerade passiert ist von Ella und dem, was sie mir sagte und den bewussten Dimensionswechseln und dann weiß ich, warum ich ausgerechnet ihn hier treffe. ich fühle nach. Um mich zu vergewissern, das Gefühl bleibt, er weiß nicht, wer ich bin, weil er 2020 nicht gelesen hat. Er hat keine Ahnung von Natans Geschichte und ist somit einer von denen, die immens dabei geholfen haben, diese Vision umzusetzen, ohne sie zu kennen. Naja, das stimmt so auch nicht ganz. Irgendwie ist die Vision in 2020 schließlich keine, die Nathan allein gehabt hat. In diesem Moment wird mir klar, dass einfach sehr viele Menschen mit dem, was gerade und bis 2020 passiert, in Resonanz stehen. Und das hat nichts mit dem Buch zu tun, eher umgekehrt. Ich schaue ihn dankbar an und freue mich über diese Begegnung. Ich habe ihn immer schon bewundert für das, was er alles erreicht hat. All diese Menschen zusammenzuführen ist eine Gabe und Ronny Ludwig hat sie nicht nur, sondern er hat sie auch genutzt, weil er so fest an diese Idee einer friedlichen Welt glaubt wie wir und sich nicht hat beirren lassen. Liebe, Dankbarkeit und Wertschätzung machen sich in mir breit, mein Grinsen in meinem Gesicht. Ich drehe mich im Gehen zu ihm, stelle mich vor ihn und nehme ihn in den Arm. Danke, sage und fühle ich. Er widert meine Umarmung und fragt, wofür? dass du du bist, dass du machst, was du machst und gerade diesen Moment mit mir teilst. Damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Wir lösen uns aus der Umarmung und er fragt nach dem Balken auf meiner Stirn. Ich erkläre es ihm und dann gehen wir den Weg weiter zum Strand, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Irgendwie ist dieser Moment heilig. Wir haben keine Ahnung warum, aber wir scheinen es beide zu fühlen. und ich schaue ihn an und sehe, dass er auch gerade irgendwo in seinen Gedanken und Gefühlen unterwegs ist. Ich genieße den Moment und wir erreichen den Parkplatz. Träumst du? frage ich und wir lachten. Frieden rockt, sagt er. Ich weiß, antworte ich. Der Strand ist gut gefüllt mit Menschen, bei weitem nicht überlaufen, aber definitiv nicht leer. In Gruppen sitzen Menschen zusammen, spielen, lesen, lachen, schwimmen, unterhalten sich, singen, spielen Gitarre oder trommeln und genießen die Sonne und den Tag. Eine Gruppe von Leuten ist damit beschäftigt, den Strand mit Bäumen zu säumen. Ich sehe passieren, wovon ich Nathan im Jahr 2020 schon erzählt habe und bekomme eine Idee davon, wie es hier in drei Jahren aussehen wird. Alles so, wie er es beschrieben hat. Alles so, wie es sein soll. Samira halte es mir entgegen, ein Engel mit langen roten Haaren springt auf, läuft auf mich zu und mir so wuchtig in die Arme, dass wir beide zu Boden fallen. Sie knutscht mein ganzes Gesicht ab und wir wälzen uns auf dem Boden. Anne, du wunderbares Wesen, Anne hat auch ein Projekt im Internet. Spirituelle Hilfe zur Selbsthilfe. Auf ihren Seiten habe ich sehr viele für mich hilfreiche Gedanken gefunden und so habe ich sie auch irgendwann kennengelernt. Vor allem durch ihre Aktion unterhalte dich mit einem Fremden. Spätestens seit König veröffentlicht wurde sind wir Schwestern. Sie war die erste nach Nathan, mit der ich angefangen habe bewusst König sein zu trainieren. König sein trainieren und Spirituelle Hilfe zur Selbsthilfe passte zusammen wie Deckel auf Eimer. Wir registrieren, dass wir nicht allein am Strand sind und Ronny immer noch neben uns steht. Ronny platzt es aus Anne heraus. Ronny Ludewig? Wie geil ist das denn? Sorry Süße, aber du bist gerade abgemeldet. Sie grinst mich an und während die beiden sich begrüßen und dein Gespräch verwickeln, lasse ich meinen Blick um mich herumschweifen, immer noch auf dem Boden sitzend und genieße den Anblick. Alles ist so friedlich. Die meisten sind völlig nackt, wie es inzwischen immer üblicher wird. So langsam kommt es aus der Mode, sich für seinen Körper zu schämen und für viele ist es wie ein Befreiungsschlag einfach nackt zu sein. Ich sehe dicke und dünne Menschen, schwarze und weiße, Männlein und Weiblein und alle sind gleich und alle haben einen grünen Balken über dem Kopf. Ich muss gründen und mein Blick gleitet hinaus was aufs Meer, wo Boote in alle Richtungen unterwegs sind. Erstaunlich viele, was daran liegen mag, dass viele Boote jetzt nicht mehr 50 Wochen im Jahr als Statussymbol vor sich hin dümpeln, sondern allgemein genutzt und gepflegt werden. Über allen von ihnen sehe ich einen grünen Balken. Ich bin mitten im Spielemodus. Dann sehe ich ein Boot, das ich nur zu gut kenne. Die Felix, König Eiges Katamaran. Eins der wenigen Boote, das schon seit Jahren sinnvoll genutzt wird, weil er und Katie darauf wohnen. Sie müssen also auch hier sein. Ich stehe auf, genieße kurz den Anblick, den Anne und Ronny gerade bieten, die in inniger Umarmung eng umschlungen einen Meter neben mir stehen und offensichtlich gerade völlig woanders sind. In ihrem hier und jetzt in ihrem Moment, mittendrin in dem, was ihnen niemand nehmen kann. Ich fühle die Liebe zwischen ihnen in mir hochsteigen und genieße das Gefühl. Ich atme es tief ein und drehe mich wieder dem Strand zu. Ich gehe ein paar Schritte und dann sehe ich eine Gruppe von Leuten da sitzen, die alle einen grünen Balken auf der Stirn gemalt haben. Ich schaue genauer hin und erkenne sie, überrascht. Steuere ich sie auf sie zu. Da sitzen die Twin Boys. Nofretete König alias Nancy Cassandra Pirkes, der Rohbahn, Eugen von flowfinder.de, der Drachenlord, der verdeckte Vermittler. Wie geil ist das denn? Gunnar Gast von der Via-Karte und Love Buddies Köln, Kevin Samuel, Norbert Brackenwagen von timetodo.ch, der Segelohren-Bob, Sabine vom Engel-Orakel, der Öff-Öff von der Schenker-Bewegung, mit dem Zusammenbauche damals seinen Perso zerschnitten hat, Letty und Ronja von Seelenkram, Amok Alex und Frank Stoner, Klaus Glatzl von okitalk.com, Mariana Jermakova und noch etliche andere, die ich nicht kenne, die mir aber irgendwie bekannt vorkommen. Alle Aufgezählten haben jeweils eines gemeint. Sie sind allesamt YouTuber, deren Kanäle man sich definitiv mal ansehen sollte. Ich kenne sie nicht nur alle durch ihre Videos, sondern habe von allen, von ihnen etwas gelernt, vor allem in Bezug auf Bewusstheit und Eigenständigkeit. Was für eine illustriere Runde! Wieso sind die alle hier und wieso haben die grüne Balken auf der Stirn? Ich bin leicht irritiert, als Nancy mich als erste erkennt, aufspringen, auf mich zufliegt. Ich meine das wörtlich, sie fliegt auf mich zu, landet sanft vor mir und strahlt mich an. Mein Gesicht muss zu komisch aussehen und sie prustet los. Was ist denn mit dir los, Schätzekind? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, weil ich geflogen bin? Wunderst du dich? Ich habe doch immer gesagt, ich habe Flügel. Wollte mir halt keiner glauben, aber das ist ja nicht mein Problem. Sie strahlt mich an. Schön, dass du da bist. Wir haben schon auf dich gewartet, sagt sie und drückt mich fest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich einen Dimensionssprung verpasst, also nicht bewusst mitbekommen habe. Die ist gerade von meinen Augen geflogen. In welcher Realität bin ich gerade? Bin ich auf der Erde oder in Nanny? Unabhängig davon, dass die Erde auch in Nanny wahrgenommen werden kann, aber eben nicht umgekehrt. Frage ich mich, ob die anderen um uns herum das auch gesehen haben. Meine Sinne schärfen sich, mein Fokus ist klar und konzentriert. Ich bin in Nanny. So viel Shit fest. Zu viele Fragezeichen poppen auf meinem Bildschirm auf. Ich gebe mich bewusst nicht hin. Wische sie zu einem zusammen, dass ich an den Rand schiebe und weiß, was zu tun ist. Einfach den Film weitergucken. Beobachten, was passiert. Ich grüße erst mal etwas verdattert in die Runde und werde mit einem großen Hallo empfangen. Anscheinend ist meine Ankunft niemanden entgangen und ich erblicke freudige Gesichter. Ich setze mich, blicke etwas verlegen in die Runde, deren Augen ausnahmslos auf mich gerichtet sind. Erwartungsvoll schauen sie mich an und ich weiß nicht, was ich tun soll. Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe nicht damit gerechnet, euch hier zu treffen, aber ihr scheint mich alle erwartet zu haben. Und wieso habt ihr alle grüne Balken auf der Stirn? Ich hatte die Idee erst vorhin, beim Frühstück und mir das Spielen leichter zu machen. Na, du hast uns eingeladen, aber das kannst du noch nicht wissen, weil du es in dieser Szene erst tust. Nicht wirklich direkt, aber ausreichend bemerkenswert, dass es offensichtlich funktioniert hat, sagt die Frau, die neben mir sitzt. Ich habe sie nie gesehen, aber ich erkenne ihre Stimme. Oh mein Gott, du bist ja Sinna, platzt es aus mir heraus. Sie lächelt und sagt, herzlich willkommen im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Krass, wie krass. Was machen die alle hier und was meint Jasina damit? Ich hatte sie alle eingeladen und das erst jetzt, obwohl sie alle schon hier sitzen. Und das sitzt Jasina neben mir. Danke für deine Witz, sage ich. Die haben mir mitunter sehr geholfen. Jetzt meldet sich Robin. Schön, dass du da bist. Wir sind hier, weil wir König gelesen haben und darin diese Geschichte. Diesmal ist es keine Zeitreise, sondern eine Reise durch die Dimensionen unseres Bewusstseins. Wir sind in Nani und im Moment auch alle auf Mallorca, weil du in Kürze eine tolle Idee hast, der wir gerne nachgekommen sind. Die Balken auf der Stirn sind tatsächlich deine Idee gewesen und wir laufen aus genau dem Grund schon eine Weile in der Mitte rum. Es ist wie eine lustige Mode geworden, an der wir andere Online-Surfer oder Kopfuser erkennen. Bewusste Mitspieler eben. Ist nicht dein Ernst, entfährt es mir. Doch, das ist echt cool, ruft ein Mädchen aus der Runde. Es jetzt erkenne ich sie. Das ist Shirin Pirkus. Natürlich, sie ist ja auch wieder bei ihrer Mama. Ich freue mich so, sie zu sehen, dass ich fast anfange zu weinen. Wie oft habe ich letztes Jahr bei den entsprechenden Stellen mit angerufen, wie viele Mails oder Faxe geschickt mit so vielen anderen zusammen, bis irgendwann hieß, Shirin Pirkus ist wieder bei ihrer Mutter. Das Jugendamt und die Gerichte haben keine Lust mehr auf den Fall. Das war erst der Anfang unserer Befreiungsaktion vieler anderer Kinder und Menschen. Shirin wurde für uns zur Ikone, zu einem Beispiel dafür, was wir erreichen können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Jeder für sich, aber alle gemeinsam. Zu Hunderten riefen wir über Wochen an und nahmen den entsprechenden Stellen die Möglichkeit, sich noch mit irgendetwas anderem zu beschäftigen. Ein weiteres Mal kam von den Seiten der Behörden das Wort Desaster auf den Tisch und dann knickten sie ein und holten Shirin aus ihrer Pflegefamilie, um sie Nancy zurückzubringen und danach nie wieder was mit den Beinen zu tun haben zu wollen. Am nächsten Tag gingen die nächsten Telefonnummern zu anderen Fällen raus und dann kam eine Welle, die die Behörden schwer verkraften könnten. Wir wandten dieselbe Technik an, um den Regierungen zu kündigen. Es gab einen weltweiten Aufruf und sehr viele Menschen haben ihm Folge geleistet. Freiwillig. Und auch nur die, die einen Sinderin sahen. Wir riefen bei unseren Regierungen an, mindestens dreimal am Tag, mindestens einen Monat lang, faxten und mailten Kündigungen, um uns dann als Könige uns selbst und unseren Möglichkeiten zu widmen. Da kam dann auch das IR, das intergalaktische Hilfs- und Rettungskommando ins Spiel. Die, die bei der Kündigungsaktion mitgemacht haben, fingen an, im Rahmen des IR freistehenden und verfallenen Wohnraum und überschüssige Ware zu nutzen und verhalfen sich damit selbst zu einer neuen Existenzgrundlage. Das IR besetzt explizit keine Häuser, sondern rettet sie. Das tut man, indem man in der Zeit, in der man in einem Haus wohnt, dafür sorgt, dass es gepflegt und repariert wird und ist. So hat Nathan auch das kleine Häuschen gerettet, in dem wir gerade wohnen und das 2020 wohl noch schöner aussehen soll. Wer im Rahmen des IR ein Haus rettet, tut das ohne weiteren Besitzanspruch. Wir scouten leerstellende Häuser, markieren sie in der IR-Karte in drei Kategorien. Rote Häuser stehen leer, warten darauf, gerettet zu werden. Gelbe sind bereits bewohnt und werden gerettet, aber es ist noch nicht klar, ob es einen Besitzanspruch eines anderen gibt. Grüne sind gerettet und frei, bedeutet, der ehemalige Besitzer ist gefunden und hat das Haus freigegeben. Sitzt man in einem gelben Haus und es kommt jemand mit einem Besitzanspruch, ist es für uns kein Problem, für die Unterkunft zu weit zu danken, gern zu zeigen, was wir schon alles gemacht haben, ums Haus und ums Grundstück zu verschönern, unsere Sachen zu packen und einfach ins nächste auf der Karte markierte Haus zu ziehen. Simpler geht es gar nicht. Und all das wäre ohne ein bestimmtes Mädchen gar nicht passiert. Shirin Pirkes Es ist wirklich cool. Als Mama mir davon erzählte, habe ich sofort verstanden. Ich habe mir einen grünen Balken auf die Stirn gemalt und der Mama auch. Wie in Sims. Ganz einfach und man steuert sich selbst. Ich habe sogar ein Video dazu im Netz gemacht. Ihre Worte betören mich. Ich kann mich an dieses Video erinnern. Ich habe es gesehen. Also kannte ich das mit dem Balken schon, als ich die Idee heute Morgen hatte. Ich fühlte mich wie in einem Déjà-vu, aber es ist anders. Es ist kein Déjà-vu. Ich bin in Nanny. Jenseits von Raum und Zeit und diesem Moment. Weißt du, was das Tollste für mich war? Selbstspiele für die Kopfkonsole zu erfinden. Und das habe ich irgendwie schon gemacht, bevor ich es so kannte. Am coolsten finde ich die Pokémon Go Live. Jetzt mache ich große Augen, lausche gespannt. Auch die anderen hören ihr zu. Als ich noch vom Jugendamt entführt und in der Pflegefamilie war, durfte ich kein Handy haben. Alle anderen Kinder spielten Pokémon Go und ich sah sie die ganze Zeit etwas für mich unsichtbarem hinterherlaufen und mit ihren Händen Wischbewegungen machen. Ich wusste, dass sie Pokémon sehen, aber so toll fand ich Pokémon gar nicht. Also habe ich mir was anderes einfallen lassen. Ich dachte mir, viel cooler als Pokémon auf einem Handy sind doch wirklich glückliche Momente. Also machte ich alles, was nach einem glücklichen Moment aussah, zu einem Pokémon. Ein Eis oder eine Umarmung oder irgendetwas anderes Tolles, das ich nur machen musste, um einen glücklichen Moment zu haben. Und dann lief ich ohne Handy draußen rum und wischte über alles, was für mich ein Pokémon war. Die Handbewegung kann man ja auch ohne Handy machen. Und bei allem, was ich gewischt habe, konnte ich das Pokémon dann auch einlösen und hatte wirklich was davon. Zum Beispiel eine Viertelstunde auf der Schaukel. Unbezahlbar. Nach einer Weile kamen die anderen Kinder zu mir und wollten wissen, was ich mache. Sie sahen mich wischen und kurz darauf immer lachen. Davor war ich immer eher traurig und grantig, weil ich zu meiner Mama zurück wollte. Ich erzählte es ihnen. Auf einmal wollte keiner mehr Pokémon Go spielen. Alle spielten Pokémon Go. Dann klingelte es irgendwann an der Tür und zwei Männer und zwei Polizisten standen davor. Die Männer sagten, sie haben einen Beschluss und ich soll meine Sachen packen. Sie müssen mich mitnehmen und zu meiner Mama zurückbringen. So schnell habe ich noch nie irgendwas zusammengepackt und meine Hand hat die ganze Zeit diese Wischbewegung gemacht. Und dann haben die beiden Polizisten mich zur Mama gebracht. Sie waren total nett und spielten jetzt auch Pokémon Go live. Sie grinst und strahlt in die Runde und jetzt wische ich ins Meer, ruft sie, springt auf und rennt zum Wasser. Ist das alles wahr? frage ich an Nancy gewandt. Zumindest spielen wir alle Pokémon Go live, lacht sie. Irgendwie ist das alles so surreal. Ich meine, ich erlebe es völlig egal, aber es ist dennoch alles wie in einem Traum. Es ist beides gleichzeitig. Ich merke, wie die Dimensionen schifft und ich merke, wie ich wirklich ausschließlich das sehen kann, was ich sehe. Dass für mich alles so ist, wie ich es sehe und gar nicht anders sein kann. Und dennoch passieren hier gerade Dinge, die mich von den Socken hauen. Ich bin immer noch nicht ganz darüber weg, dass Nancy eben geflogen ist. Wir sprachen eben darüber, wie wir alle zusammen mehr Erdlinge nach Nanny einladen können. Wir wissen, dass es da draußen noch viele gibt, die mit Sicherheit auch lieber hier als auf der Erde mit ihren komischen Rahmenbedingungen leben würden. Wenn sie denn einen Zugang dazu hätten oder wüssten, sagt jetzt Kevin. Wir haben uns hier zusammengesetzt, um zu überlegen, was für Videos wir zusammen machen können, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Irgendeine Aktion, die man nicht so leicht übersehen kann. Hast du eine Idee? Ich überlege kurz. Dann platzt es aus mir heraus. Lasst uns doch diesen Sommer 2017 ein Friedensfestival auf Mallorca starten. Hier kann man so billig hinreisen und so billig Hotels bekommen, dass man es sich bestimmt leisten kann, eine Weile dabei zu sein. Wir machen das über den ganzen Sommer. Irgendwie hier unterkommen ist kein Thema. Man kann prima in El Arenal ein Hotelzimmer haben und tagsüber auf der Insel machen, was man will. Die Inselbewohner wird freuen, ein paar mehr Könige hier zu haben und dafür ein paar weniger Sauftouristen. Dann können wir uns hier an den Stränden treffen und wie im Ella Camp alle voneinander lernen und miteinander das Leben genießen. Ja, das würde mir gefallen. Ganz Mallorca erobert von Hippies und Friedenkernen und Könige einen ganzen Sommer lang. Jeder kommt und geht, wie es ihm passt. Es gibt nichts Offizielles. Es ist einfach nur ein Sammelort für Könige. Hier können wir Nanny erleben und es gemeinsam so lange als Kollektiv wahrnehmen, bis es mindestens genauso real ist wie die Erde. Was glaubt ihr, was ihr dann für Videos machen könnt und wie viele Leute wir damit erreichen? Nun ja, sagt Gunnar, und hier sind wir. Hier ist der Moment, in dem du die Einladung ausgesprochen hast und sie angenommen wurde. Ebenso wie der, in dem jeder von uns hier angereist ist und jeder andere. Ihr seid hier, weil ich das gerade gesagt habe? Aber das war doch nur Spinnerin und Spinnerei. Ja, aber guck dich mal bitte um. Siehst du hier irgendwen sitzen, den man noch nicht als Spinner bezeichnet hätte? Ich schätze, das ist das Los, das Könige ziehen. Von anderen nicht verstanden zu werden, aber wir hier waren uns augenscheinlich alle einig, dass es ein wenig Sommer auf Mallorca in Nanny im Frieden stimmig klang. Also danke für die Spinnerei gerade und danke für die Einladung. Die war für uns alle ein Pokémon. Ich kann es erst so langsam fassen, aber sie sind echt alle hier und anscheinend, weil ich gerade eine lustige Idee hatte. Das bedeutet aber, dass diese lustige Idee völlig real ist. In diesem Moment, für alle von uns, egal in welchem Moment, auch immer du dich gerade befinden magst. Merkst du es? Die Realität in allem. Wenn nicht, ist nicht schlimm, komm einfach 2017 nach Mallorca. Oder 2018, egal wann. Ab März ist es wieder schön und bleiben kann man locker bis Oktober, November oder auch ein ganzes Jahr oder zwei. Das ihr macht's möglich. Also ich, sage ich und mache eine Wischbewegung Richtung Wasser. Mach jetzt, was Shirin macht. Wer kommt mit? Ich springe auf, reiße mir meine Klamotten vom Leib und sprinte in Richtung Wasser. Mit einem riesigen Geschrei kommt mir eine ganze Meute grün gestörter hinterher. Ausgelassen planschen wir im Meer, tauchen, werfen Bälle, werfen Shirin und die anderen Kinder liegen uns in den Armen, kuscheln, lassen uns treiben und genießen den Moment. Keiner. Denkt hier gerade an gestern oder morgen. Nach und nach begeben wir uns wieder in den Strand und auch ich stehe irgendwann wieder nackig in der Sonne und lasse mich trocknen. Ich schaue über den Strand und frage mich, ob die alle meinetwegen hier sind. Doch noch weiß ich nicht, dass dieses hier alle von uns ein Puzzleteilchen des Ganzen sind. Mein Kopf hat es begriffen, aber mein Herz lernt es gleich erst. Ich fühle, wie ich als der Surfer in die entsprechende Richtung steuere. Der Avatar Samira mit ihren grünen Balken über den Kopf setze ich in Bewegung. Die Illusion ist perfekt. Ich tauche ins Ego zurück und nehme in fünf Sinnen meine Umwelt wahr. Realer geht es nicht. In einer Gruppe von Leuten, die mir auch alle bekannt vorkommen, sehe ich Seon. Patrick Kammerer, der so wundervolle Texte rappt und Seminare zu den Themen gibt, mit denen sich auch seine Songs beschäftigen. Keine Frage, dass ich mich zu ihm geselle. Hey Samira, setz dich zu uns, wo ist Nathan? Grüßt mich Mario Waltz. Als ich zu der Gruppe stoße, er steht auf, um mich mit einer Umarmung zu begrüßen. Wir kennen uns schon eine Weile, er ist dann sehr, sehr aktiv. Mit seiner Parallelgesellschaft hat er auch viele Menschen zusammengesammelt, etliche Bücher geschrieben und hat ein gutes Gespür für Energien. Ich mag ihn sehr und genieße ihn im Arm zu halten. Er verbreitet Ruhe und ich tanke mich damit auf. Dankbar schauen wir uns in die Augen und nicken. Die anderen stehen auch auf dem Grüßen mich. Einige erkenne ich, andere noch nicht. Aber da sind Bruno Württemberger und ich freue mich sehr, sehr, ihn zu treffen. Gore, Timofey, Rassadin, der mit tief in die Augen schaut, seine Stürme an meine legt und fragt, du bist mitten im Hyperraum, richtig? Ja, sieht man mir das an? Weiß ich nicht, aber ich kann es gerade sehen. Dann steht auf einmal Rüdiger Dahlke vor mir, vor dem ich etliche Bücher gelesen habe, Veit Lindau, dem ich zu verdanken habe, dass ich mit mir selbst verheiratet bin und damit frei für alle anderen und vor allem für Nathan. Baha Hilmas, Bettina Halifax, Daniela Hutter, Ralf Giesen, Alexander Wagant, Robert Franz, Sihom, Sarah Lesch, Juhu, Selma Montana, Robert Stein von Steinzeit.tv, Joe Konrad und Dagmar Neubronner von bewusst.tv, die ich beide sehr herzlich begrüße, alles Leute von gewissem Bekanntheitsgrad unter Königen. Was machen die alle hier? Wir setzen uns wieder und man widmet sich einem gemeinen Plausch. Meine Frage beantwortet Mario Walz. Also, eigentlich sind wir alle hier, weil uns irgendetwas hierher gezogen hat. Man sagt, unter Mallorca liege ein gigantisch großer Kristall, der eine ganz bestimmte Energie ausstrahlt. Keiner von uns hat ihn gesehen oder Nachweise dafür, aber wir fühlen alle diese Energie, die diese Insel so besonders macht. Nicht umsonst sind in diesem Sommer so viele von uns und laufen sich überrascht über den Weg. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, aus denen wir hergekommen sind. Die einen, weil sie einfach Urlaub machen wollten. Andere wegen des Great Life Kongresses, der hier diesen Juli stattfindet. Wieder andere sind wegen des IA hier. Dann sind viele wegen Juliane Schiffner und dem Soul Holiday Mallorca hier. Und die IMA Mallorca haben auch viele Leute erreicht. Und viele von den Touristen hier sind die Einheimischen. Sie empfangen uns sehr herzlich und offen. Und irgendwie ist hier dieses Jahr so etwas wie ein nicht abgesprochenes Gipfeltreffen souveräner, freier Menschen, die sich über die Regeln und Denkweisen der Gesellschaft hinweg entwickelt haben und sich hier zusammenfinden, um von hier aus gemeinsam eine andere Richtung einzuschlagen. Hier herrscht ein großer Geist von Punkt ohne Wiederkehr. Wir entwickeln hier gemeinsam so schnell so viele Alternativen und es geht so spielerisch von der Hand. Alles ist hier auf einmal so einfach. Alle gehen so liebenswert und respektvoll miteinander um und so hat hier jeder das Gefühl, genau richtig zu sein. Viele sind ohne Rückflugtickets hier. Bei den Preisen ist das kein großes Risiko. Aber es gibt ein Gefühl von Freiheit und selbstbestimmen zu können, wie lange man hier bleibt und was man macht. Jeder wuselt hier umeinander und du läufst ständig jemanden über den Weg, der ähnliche Interessen hat wie du. Trotzdem lässt sich jeder in Ruhe. Niemand drängt sich dir auf. Hier gibt es keine Gurus oder Helden mehr. Wir sind alle unsere eigenen Gurus und Helden und helfen uns dabei, das auch so zu sehen. Hier kann jeder von jedem lernen, auf dieser kleinen Insel, die gerade mal 70 mal 100 Kilometer misst, existiert eine eigene kleine Welt, die wir alle kollektiv bilden und wahrnehmen. Der Schöpferprozess wird hier so überdeutlich, wir erleben, was wir wahrnehmen, wie wir es wahrnehmen wollen. Und hier ist es so leicht, das auch wieder sehen zu können, weil man hier das Schöne in allem sehen darf. Das war halt früher recht schwer, als wir uns die ganze Zeit Bilder von scheußlichen Dingen unter die Nase hielten und es für wichtig hielten, das zu tun, obwohl kein Mensch wusste, was er dagegen machen sollte. Schön zu sehen, wie viele Heuer hier sind und aufgehört haben, etwas gegen diese Missstände der alten Welt zu tun und stattdessen angefangen, eine neue Welt ohne solche Missstände aufzubauen. Und da ist es sehr dienlich, wenn man es für wichtig hält, Schönes zu sehen. Beantwortet das deine Frage ein wenig? Ja, ich denke schon. Das bedeutet, wir treffen gerade unterschiedlichste, kompatible Welten zusammen, um das zu tun, wovon wir alle die ganze Zeit geträumt und worauf wir gewartet haben. Genau. Eine davon bist du. Warum bist du denn eigentlich hier? Ich lebe hier. Ja, seit ein paar Monaten schon, klar. Aber warum denn eigentlich? Na, weil ich Nathan getroffen habe und mit ihm hierher gekommen bin, um das Häuschen zu retten. Da hast du es schon. Es ist dein Grund. Aber die Wirkung ist eine völlig andere und du siehst mit Sicherheit inzwischen auch andere Gründe für dein Hiersein, oder? Du meinst, dass ich die anderen hierher geholt habe? Keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ich denke, du weißt es sehr genau. Siehst du, wie nichts, was wir tun, nur einen Grund hat? Eine Ursache vielleicht, aber alles, was wir tun, ist Teil von etwas Ganzem. Und das führt uns hier dieses Jahr alle wie magisch zusammen. Auf diesen magischen, tollen Insel. Und hier zeigen wir uns, dass offensichtlich alles möglich ist. Ja, zum Beispiel fliegen. Habt ihr das eben gesehen? Die Nancy ist geflogen, vor meinen Augen. Ja, ein paar von uns haben es auch gesehen, sagt jetzt Bruno Württemberger. Aber das gehört eben zu den Dingen, die hier gerade möglich sind. Gor erzählte eben von dem Hyperraum, den ihr Königchen Nanny nennt. Und wie der andere noch ganz anders. Es ist ein und dasselbe, eben unser Innen. Da uns hier immer bewusster wird, dass alles möglich ist und gerade kaum etwas in der Lage ist, uns von dieser Sichtweise abzulenken, lösen sich immer mehr Leute von dem Denkkonzept, das sie früher Erde nannten. Dass ich aus all dem zusammensetze, was wir darin über die Erde gedacht haben. Schwerkraft ist eine dieser Rahmenbedingungen, mit denen man auf der Erde zu tun hat, aber eben nur auf der Erde. Wenn man dann denkt, man ist auf der Erde, unterliegt man der Schwerkraft. Hat man verstanden, dass wir reines Bewusstsein, alles was wir wahrnehmen, lediglich um uns herum projizieren, fängt man automatisch an damit zu spielen. Einige sind tatsächlich so weit, dass sie fliegen können, allerdings auch das nicht auf der Erde. Zumindest noch nicht. Eigentlich müsstest du es auch können. Hast du es in der nicht schon einmal probiert? Nein, eigentlich nicht, sage ich verwundert. Wenn ich ehrlich bin, bin ich da nicht einmal auf den Gedanken gekommen. Mach's doch einfach mal, sagt jetzt die hübsche Frau neben Robert Stein, die sich mir eben als Anna-Maria Auges vorstellte. Auch ihr Gesicht kenne ich aus Videos. Sehr sympathisch. Du brauchst es nur zu fühlen, so wie du gehst oder läufst oder dich hinsetzt. Dein Körper braucht dafür keine verbalen Befehle oder irgendwelche Zauberkräfte. Konzentrier dich einfach auf das Gefühl zu fliegen. Schau, es ist ganz einfach. Leicht wie eine Feder erhebt sie sich vom Boden, ohne eine weitere Bewegung zu machen. Wenn es dir hilft, kannst du dir vorstellen, dass du Flügel hast, mit denen du fliegst. Du kannst dir aber auch einfach vorstellen, du kannst fliegen wie Superman. Und damit schießt ihr schlanker, nackter Körper nach oben. Ich sehe noch, dass sie sich streckt und dann nur noch einen kleinen Punkt, eine weite Schleife fliegt, wieder hoch über unsere Köpfe zurückkommt, senkrecht wieder herunter und in der nächsten Sekunde landet sie mit einer Poser-Heldenlandung auf einem Knie wieder vor mir und schaut mir direkt in die Augen. So! Ich muss erst mal fast hysterisch lachen. Mein Verstand weigert sich, das zu glauben, was er gerade gesehen hat. Aber nicht für lange. Er fängt sich und schaltet um auf Interesse. Fühle es tief in dir, sagt Anna. Ich schließe die Augen und konzentriere mich. Ich stelle mir Flügel auf dem Rücken vor. So scheint es mir leichter zu fallen. Ich recke meinen Rücken, fühle, wie die Flügel beginnen zu schlagen und merke plötzlich, wie der Druck unter meinem Popo leichter wird. Ich öffne die Augen und sehe, wie ich mich vom Boden abhebe. Vor Schreck falle ich erst mal wieder runter. Aber es hat funktioniert, nur ein paar Zentimeter. Aber ich bin geflogen. Starte mal im Stehen, schlägt Anna vor. Ich stehe auf und gehe ein paar Schritte in Richtung Meer. Da packt mich das Gefühl der schlagenden Flügel wieder und reißt mich regelrecht mit. Dann fliege ich. Langsam, immer höher. Ich höre die grün gestirnten Applaudierten und auf einmal fühle ich mich sicher, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Es ist absolut leicht. Ich muss mich überlegen, wie ich mich so steuern soll. Mein Körper folgt neben einfach dem Gefühl. So wie wenn ich rechts oder links gehe, nur dass ich ihn jetzt nach rechts, links, vorne, hinten, oben und unten bewegen kann. Ich fliege frei umher, doch ich merke, dass es mich anstrengt. Auch das Fliegen braucht seine Energie und meine jungen Flügel brauchen wohl noch ein wenig Training. Langsam lasse ich mich wieder nach unten sinken in den Kreis der Gruppe und lande sanft auf dem sandigen Boden. Jetzt klatschen alle und ein paar andere gucken verwundert zu uns rüber. Die haben es nicht gesehen, sagt Goa. Sie sind auf der Erde. Sie hätten es nicht einmal wahrnehmen können, wenn du es direkt vor ihre Nase getan hättest. Für sie ist so etwas noch total unmöglich. Noch. Für deinen Verstand war es das eben auch noch, aber dein Verstand hat sich schon aus den Denkmustern der Erde gelöst. An den Punkt kommen sie auch noch. Sie brauchen noch ein paar mehr. Zugänge zum Hyperraum nach Nanny. Das ist alles zu krass. Das muss ich Nathan erzählen, wie der gucken wird. Ich erzähle noch allen von Wunsch an diese Idee mit dem Lagerfeuer heute Abend und dass alle eingeladen sind. Dann gehe ich noch zu den grünen Gestörten, erzählte das Gleiche, während ich mich wieder anziehe und rufe. Gruppenumarmung! Alle springen auf und wir liegen uns bestimmt fünf Minuten in den Armen, bis irgendwer sagt, Langsam wird's eklig, ich schwitze wie ein Pferd. woraufhin sich alle lachend wieder voneinander lösen. Ich gehe ein paar Schritte Richtung Parkplatz zurück und dann erhebe ich mich in die Luft und fliege zum Turm. Langsam nähere ich mich und sehe Nathan und ein paar andere gerade Pause machen. Sie sitzen lachend in einer Runde in der Sonne. Unbemerkt kann ich mich und bemerkt kann ich mich ihnen nicht nähern, also rufe ich ihn einfach von hier aus. Nathan! Er blickt in die Richtung, aus der der Ruf kam, aber nicht hoch genug. Er erwartet mich nicht in der Luft. Er sucht die Gegend am Boden nach mir ab. Ich nähere mich und auf einmal sieht er mich. Sein Gesicht versteinert wird kalkweiß. Zwei von den anderen sehen mich auch, reagieren entsprechend, während zwei weitere suchen, ihren Blick voll und mich anscheinend nicht sehen. Ich lande ein paar Meter im Abstand. Jetzt sehen mich alle und jetzt gucken auch die beiden Erdlinge verwundert. Sie haben mich aus dem Nichts heraus einfach plötzlich vor ihnen stehen sehen. Wie hast du das gemacht? fragt Nathan, der sich als Erster aus der Starre löst. Ja, wie hast du das gemacht? Wollen nun auch die anderen wissen. Ich bin einfach geflogen. In der Nähe ist alles möglich, weißt du noch? Die Leute am Strand haben es mir gezeigt. Du wirst dich freuen, wer alles hier ist. Geflogen? Du bist plötzlich einfach da gewesen, sagt eine von den beiden Erdlingen. Stell dir mal vor, antwortete ich, du bist in einer Welt, in der alles möglich ist, in der du nichts anderes erleben kannst, als du für möglich hältst. Das war nie anders. Tatsächlich lebst du in dieser Welt. Nur hast du leider gelernt, alles Mögliche für unmöglich zu halten und nur deswegen kannst du nicht fliegen. Kannst du dir das vorstellen? Der eine Erdling verzieht das Gesicht und drückt so sein Unvermögen aus, es sich vorzustellen. Der andere schaut ein paar Sekunden lang ins Leere und dann wieder zu mir. Pass auf, sage ich und erhebe mich ein paar Meter über den Boden. Ich sehe, wie mir alle Blicke folgen. Folglich sind gerade alle in Nanny. Und dann fliege ich einen weiten Bogen, schreie und lache vor Vergnügen und lande schließlich wie der Sand vor ihm. Ein Erdling kippt ohnmächtig um. Alle anderen machen begeisterte Gesichter. Wie geht das? Wie kann ich das auch lernen? Naja, irgendwie gar nicht. Ich habe es auch nicht gelernt. Ich konnte mir nur auf einmal vorstellen, dass es möglich ist und habe es im Herzen fest geglaubt. Fiel mir leicht, weil Kassandra vor meinen Augen geflogen ist. Und dann konnte ich es plötzlich selbst. Der Trick ist, sich vorzustellen, dass es geht. Davon überzeugt zu sein, dass es geht. Helfen wir ihm oder lassen wir ihn da einfach so liegen? Erst jetzt sehen die anderen den auf dem Boden Liegenden und stürzen sich auf ihn zu. Manuel? Manuel! Rufen sie rütteln an ihm und als er seine Augen öffnet, lachen sie erleichtert. Also ich mache für heute Feierabend, verkündert Nathan. Wir sehen uns später am Feuer. Scheint ein lustiger Abend zu werden. Macht's gut! Er nimmt mich am Arm und wir schlendern gemütlich in Richtung nach Hause. Echt jetzt? Du kannst fliegen? Ich kann es immer noch nicht fassen. Zeigst du es mir? Ich lache. Erst nach einem Schäferstündchen. Die Sonne berührt gerade den Horizont, als wir uns wieder in Richtung Strand aufmachen. Wir haben uns ein wenig private Auszeit genommen und möchten dem Leser den Spaß nicht nehmen selbst herauszufinden, was wir gemacht haben. Als wir danach auf der Terrasse saßen, wollte Nathan alles wissen, was ich erlebt habe und wie das mit dem Fliegen geht. Natürlich habe ich es ihm gezeigt und natürlich hat er den Bogen schnell raus. Genauso selbstverständlich ist, dass wir jetzt nicht zum Strand gehen. Wir umarm uns noch einmal und dann erheben wir uns leicht wie die Federn in die Lüfte. Es ist lustig zu sehen, wie die Sonne wieder ein Stückchen steigt, als wir ein paar Meter in Höhe gewinnen und dann sehen wir den Strand. Der ist regelrecht voll von Menschen. Ein paar fliegen und spielen in der Luft mit einem Ball. Die Bucht vor dem Strand ist gefüllt mit Booten und da liegt ein riesiges schwarzes Schiff mit zerfetzten Segeln vor Anker. Fragen schauen Nathan euch uns an. Dann fliegen wir hin und inspizieren es aus der Nähe. Ein altes Piratenschiff und Nathan meint wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen das ist die Black Pearl. Wir fliegen an den Strand und gesellen uns zu den Freunden. Ein paar Feuer brennen nicht zu groß Feuer ist um diese Zeit auf Mallorca aus gutem Grund verboten. Zu schnell ist in den letzten Jahren immer wieder ein Teil der Insel abgebrannt doch Könige lassen sich nichts verbieten und machen das was sie tun so dass es keinen Schaden anrichtet. Ich schaue mich um so viele Leute sind hier in der Nähe sehe ich Meli stehen die uns zuwinkt bei ihr stehen auch Corinne Kassell und Nadine Beiler wir begrüßen uns alle herzlich und Nathan Corinne extra lang von überall allher hört man Menschen reden lachen und singen die Stimmung ist wie bei einem Finale von irgendwas und dann denke ich ich sehe nicht richtig zwei Armlängen neben mir steht Harry Potter in voller Quidditch-Montur mit fliegendem Besen und einem Zauberstab den er gerade schwingt etwas dabei sagt das ich nicht verstehe und plötzlich verwandelt sich der ganze Strand in eine Art Stadion oder Amphitheater offen zum Meer hin ein großes Oh und Ah er tönt von allen Seiten ich gehe zu ihm und frage ihn offen heraus träum ich oder bist du gerade wirklich hier naja antwortet er lächelt du bist hier in Nanny also beides aber wie kommt es dass du hier sein kannst muss Daniel Radcliffe dafür nicht auch hier sein wer ist das na der Schauspieler der dich in den Harry Potter Filmen spielt es gibt Harry Potter Filme auf der Erde ja naja also das mag sein viel wichtiger ist aber zu verstehen dass du hier dich siehst in egal wem um dich herum du stehst hier vor dem großen Spiegel du solltest einfach deiner Wahrnehmung trauen klar so weit fragt mich jemand von rechts gleich hinter mir ich drehe mich um und mir fällt hier echt die Kinnlade auf den Boden Jack Sparrow er ist wirklich hier ich falle ihn nur in den Hals und kann nicht anders ich muss ihn küssen hey hey kleines nicht so stürmisch der Tag ist noch viel zu jung um Angst zu haben irgendwen nicht mehr wiederzusehen übrigens wenn du ein kleines verlauses Äffchen siehst dann sieh zu dass du Land gewinnst der ist echt nervig er dreht sich um und verschwindet unter den Leuten ich gehe zurück zu Nathan und den Mädels und frage ob sie Harry Potter und Jack Sparrow schon gesehen haben alle gucken mich verwundert an er ist wirklich hier fragt Nathan dann ist das da draußen wirklich die Pearl wir setzen uns an eins der Feuer und nehmen uns an den Händen okay wir denken und fühlen jetzt alle Wunsch an die gucken wir mal was passiert wir schließen die Augen und konzentrieren uns ich merke einen Dimensionssprung und der Raum um uns ändert sich auf einer Lichtung in einem Wald brennt ein Feuer und wir sitzen darum herum als wir die Augen öffnen sehen wir dass Andy mit im Kreis sitzt er öffnet seine Augen als letzter und dann reißt er sie auf es klappt es klappt wirklich ruft er und freut sich wie ein kleines Kind warte es kommt noch besser wir nehmen dich mit zu uns dann sind noch ein paar Leute die auf uns warten sagt Nathan lass dich einfach führen und ihr und ihr anderen er schaut in den Kreis fühlt und denkt euch mit uns zurück zurück ans Feuer am Strand als wir die Augen erneut öffnen sitzen wir mit Andy am Strandfeuer und jubeln die Party kann beginnen wir liegen uns in den Armen genießen das Leben kramen unsere Instrumente hervor und singen ein paar Lieder Corinne und Nadine singen wie ein ganzer Chor und so wunderschön dann habe ich eine Idee da der Strand noch so aussieht wie Harry Potter ihn verzaubert hat muss er wohl noch hier sein und die Black Pearl liegt auch noch in der Bucht ich springe auf und suche nach den beiden Jack finde ich auf einem Felsen sitzen mit einer Flasche Rom in der Hand und einer hübschen Frau in der anderen die ich als meine Schwester Tamara kenne im anderen Arm ich frage mich wer hier gerade wen um den Finger gewickelt hat dann bitte ich um Entschuldigung für die Störung und frage ob wir die Black Pearl als Bühne benutzen dürfen macht sie einfach nicht kaputt ist seine Antwort und ich bin schon wieder weiter ich kann Harry nicht finden also erhebe ich mich in die Lüfte um die Aussicht zu verbessern die Dämmerung ist schon ziemlich vorangeschritten und ich kann kaum noch irgendwas erkennen doch dann sehe ich ihn oder besser ich sehe das blaue Leuchten seines Zauberstabs ich fliege auf ihn zu erzähle ihm von meiner Idee und bitte ihn die Deko noch ein wenig zu ändern er wedelt ein wenig mit seinem Zauberstab dann rauscht es draußen in der Bucht und die Anker der Pearl erheben sich aus dem Wasser das schwarze Piratenschiff bewegt sich in die Mitte der Bucht und mit einem lauten Platsch fallen die Anker wieder ins Wasser zurück Flutlichter und Spotlights tauchen die Scenerie in ein umwerfendes Licht mit begeisterten Augen schaue ich Potter an und bedanke mich genau so habe ich mir das vorgestellt glaube ich ich habe die Bilder in deinem Kopf als Vorlage dafür benutzt ich freue mich sehr auf die Show ich mag ihn ich laufe zurück zu den anderen und schaue Corinne und Nadine an ihr beiden kommt mal mit Nathan hilfst du mir kurz du nimmst Corinne und ich Nadine er liest meine Gedanken stellt sich Grinsen hinter Corinne während ich Nadine an die Hand nehme und mich hinter sie stelle nicht erschrecken jetzt flüstere ich in ihr Ohr umschlinge sie fest mit meinen Armen und dann erheben wir uns zu viert in die Lüfte die beiden Ladies schreien erst vor Schreck dann vor Vergnügen wir fliegen ein paar Schleifen dann landen wir an Deck der Black Pearl eure Show Mädels haut uns von den Socken aus dem Nichts heraus erklingt die Melodie von The Secret is Love Nadines Final Song von Eurovision Song Contest 2011 vor den beiden erscheinen Mikrofone und sie lachten sich an danke neckten sie uns zu und dann fangen sie an zu singen im Duett und um die Wette wir suchen uns eine Stelle in der Luft zwischen Wasser und Strand beste Plätze die Menschen am Strand und jubeln als sie fertig gesungen haben und rufen nein schreien nach einer Zugabe darum lassen die beiden Nachtigallen sich nicht lange bitten und schon geht das Konzert weiter nach ein paar Liedern verheilt der tosende Applaus und Corinne beginnt zu sprechen liebe Freunde liebe Geschwister liebe Könige liebe Bewohner von Nanny ich hätte nicht gedacht dass ich in meinem Leben so etwas Tolles erleben darf ich meine im Ernst wir stehen hier auf der Black Pearl von der ich bis eben noch nicht dachte sie sei nur ein Hirngespinst eines Drehbuchautors vielen Dank vielmals Jack Sparrow dass wir sie als Bühne nutzen dürfen lange bevor ich Nadine kennenlernte hatte ich einen Traum in dem ich mit ihr in einer genau solch schönen Situation war irgendwann lernte ich sie kennen und wir sprachen über diesen Traum ich bin mir gerade nicht so wirklich ganz sicher ob ich nicht schon wieder träume aber es ist alles so wahnsinnig real und es ist mir egal der wesentliche Teil dieses Auftritts war jedoch nicht unser Gesang sondern etwas zu tun was ich tun wollte seit ich den großen Diktator von Chaplin gesehen habe damals schwor ich mir die Gelegenheit zu nutzen wenn sie sich mir bietet eine Botschaft an alle Menschen der Erde zu schicken wie ich sie in diesem Film gesehen habe ich hatte denselben Traum sagt Nadine jetzt und mein Herz schreit danach etwas zu tun was ich schon vor sechs Jahren hätte machen können mich aber damals noch nicht traute ich fühlte dass das hier der Moment ist in dem es passiert und ich mache mir fast in die Hose schallendes Gelächter Beifall und Jubel aus dem Publikum die Menge ist begeistert so etwas hat man an diesem Strand noch nie erlebt wir finden es ist an der Zeit die Liebe zu befeiern wir haben so lange auf der Erde gelebt und unsere Zeit damit vergeudet andere Menschen hinterher zu laufen ihre Befehle zu verfolgen und ihren Lügenglauben zu schenken dadurch haben wir ein solch schlechtes Bild von den Menschen bekommen dass wir fast den Glauben an die Menschheit verloren haben doch wir wissen es heute besser wir wissen dass wir von den Menschen genau das Bild haben dass wir selbst uns von ihnen machen das gilt im Großen wie im Kleinen und wir wissen dass wir von uns das Bild haben dass wir selbst uns gemalt haben dabei haben wir uns anscheinend sehr von unschönen Sichtweisen inspirieren lassen wir fühlten uns klein und minderwertig und das nur weil wir es gewohnt waren es gelernt haben uns alle gegenseitig klein und wertlos zu halten wir haben immer das Bild voneinander welches wir uns voneinander machen jeder für sich und deswegen denken wir dass es an der Zeit ist einen Wandel einen weltweiten Wandel einzuleiten wir leiden euch alle von Herzen ein euch endlich einmal toll zu finden perfekt perfekte göttliche Wesen die lediglich einen Fehler vorweisen sich selbst als fehlerhaft zu sehen klein und minderwertig niemand soll sich so weiter fühlen lasst uns lieb zueinander sein egal ob wir uns kennen oder nicht oder gerade Meinungsverschiedenheiten haben oder uns in der Vergangenheit sehr unschönige Dinge angetan haben wir haben all dieses Spiel alle mitgespielt und das einfach nur weil wir nichts anderes kennengelernt haben lasst uns uns alle als die Könige sehen die wir in Wahrheit sind und uns auch ebenseitig so behandeln es ist überhaupt nicht schwer und wenn wir es eine Weile gemacht haben vergessen wir dass es überhaupt jemals etwas anderes gab weil wir Gewohnheitstiere sind wir gewöhnen uns an alles neuer Job neues Zuhause neue Freunde bei solchen Dingen haben wir nie gefragt ob wir das hinbekommen also lasst es uns in Bezug auf die Liebe auch nicht tun wir möchten euch einladen mit uns die Welt in eine große Wahrnehmungskugel der Liebe zu verwandeln all die die in der Lage sind es zu tun auch wenn wir uns die Erde als Lebensraum nur vorstellen so ist sie doch Bewusstsein so wie wir und sie hat durchaus Gefühle diese Gefühle spiegeln die unsere Mutter Erde ist traurig und verletzt und müde weil wir es auch sind weil wir auch bis hier alles getan haben um so zu sein aber niemand bloß bleiben wie er ist niemand kann bleiben wie er ist weil wir alle lernendes also sich änderndes Bewusstsein sind und so ist Mama Erde helft uns die Erde wieder von einem Schlachtfeld das wir zerstören und uns damit gleich mit wieder in einen Garten Eden zu verwandeln beide Potenziale stecken in ihr doch es kommt darauf an welches davon man füttert und zum Ausdruck bringt durch das eigene Verhalten streiten wir ist sie ein Schlachtfeld lieben wir ist sie das reinste Paradies diesen Unterschied können keine Politiker oder Gurus hervorbringen sondern nur wir wir alle zusammen jeder für sich wir haben uns so viele Gründe nennen lassen warum es legitim oder normal sei irgendwen nicht zu lieben und alle davon sind der reinste Quatsch nichts davon ist wahr es gibt keine Gründe nicht zu lieben egal um wen oder was es geht wenn wir beginnen zu lieben wird Liebe sein und sie wird uns umgeben wo immer wir nur sind wenn wir es denn tun wir bitten euch von ganzem Herzen mit uns eine neue Welt zu erschaffen eine Welt die über die Grenzen der Erde hinaus geht eine Welt die so grenzenlos ist wie das Universum selbst dass wir alle sind dabei brauchen wir gar nicht so viel zu tun denn diese Welt existiert bereits alles was nötig ist ist unsere kleinen Streitigkeiten und großen Kriege beiseite zu legen und uns klar zu machen dass Gegner eine Illusion sind wenn wir keine mehr anerkennen kann es keine Kriege mehr geben und wenn wir stattdessen Familie wahrnehmen egal wohin wir gehen sind wir automatisch da wo wir sind unter Geschwistern keiner muss jetzt jeden gern haben unsere Diversität erlaubt es uns unterschiedliche Sichtweisen und Interessen zu verfolgen wir brauchen genau das ab hier einfach mal nur so hinzunehmen statt es als Grund zu missbrauchen uns gegenseitig zu bekriegen liebe Geschwister lasst uns lasst uns die Rede wird unterbrochen von einem lauten Getöse eine Sternschnuppe nein ein Meteorit oder so etwas kommt direkt auf uns zugeschossen etwa 100 Meter weiter draußen als die Black Pearl liegt kracht es ins Wasser überraschend erstaunt schreien die Leute am Strand auf und auch Nathan und mir bleibt fast das Herz stehen aber irgendetwas fehlt man würde nach dem wuchtigen Aufprall eine Welle erwarten doch das Wasser bleibt rück dann bewegt sich unter Wasser etwas hell leuchtendes auf den Strand zu es gleitet unter der Pearl hindurch und bleibt zwischen ihr und dem Strand stehen dann taucht es auf nicht zu fassen es ist allen Ernstes ein Raumschiff gebannt starren alle Anwesenden auf das Schiff Jack Sparrow ist sogar aufgestanden oben öffnet sich eine Luke dann erscheint ein Kopf ein blonder jungen Kopf ein Junge vielleicht acht oder zehn Jahre alt entsteigt dem Gefährt dann beugt er sich herunter und hilft einem weiteren Jungen heraus was für eine Show wir heute geboten bekommen hallo rufen sie winkend vorhin erschien ein Mikrofon und auch die beiden werden in anmutendes Licht getaucht hey hallo wir wollten euch nicht stören aber ich habe hier einen Termin mein Name ist Ami ich bin der Junge von den Sternen und das hier ist mein bester Freund Petro sagt hallo zu Petro das Publikum reagiert mit tosendem Beifall Petro steht ein wenig verlegen da und bekommt einen hochroten Kopf Petrito und ich kommen gerade von einem Ausflug durch die Galaxie den ich kurz unterbrechen musste weil ich mich bereit erklärt habe hier eine Sichtung möglich zu machen nun könnt ihr uns alle sehen der junge Mann Beweis Entertainment Qualitäten das Publikum liegt ihm zu Füßen nun wir sind kurz davor so etwas auch endlich auf der Erde zu machen aber da gibt es ein Problem die Menschen auf der Erde haben einfach noch nicht noch nicht verstanden dass die auf die sie da in solchen Schiffen warten sie selbst sind also wir und nicht irgendjemand anderes hier in Nanny ist heute dieser Kontakt möglich weil wir hier empfunden wird solange die Menschen auf der Erde in den Schiffen irgendetwas anderes erwarten können wir uns ihnen nicht zeigen weil sie uns einfach nicht sehen würden dabei laufen so viele von uns unter ihnen herum die sie eben auch nicht erkennen weil sie nun mal genauso aussehen wie wir doch würden wir aus diesen Schiffen steigen könnten sie nicht glauben dass wir zwar von anderen Planeten kommen aber trotzdem einfach das gleiche sind wie sie viele glauben halt immer noch das Leben sei auf der Erde entstanden Petro und er lachten herzlich einige andere lachten mit dann immer mehr und dann lacht der ganze Strand laut und herzlich gelöst freudig liebevoll und Nathan und ich mittendrin um es kurz zu machen viele von uns schliefen in dieser Nacht am Strand etliche auf der Pearl und Nathan und ich durften mit Ami und Petro eine Reise antreten die wir nie vergessen werden aber von der erzähle ich euch ein anderes Mal warum weil hier alles möglich ist bis bald mal wieder Samira Ami und T Untertitelung des ZDF, 2020